Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World Let's Play und wir haben uns letzte Woche gestern ein bisschen schwer getan, mal wieder, mit einem Level, was eigentlich gar nicht, also es war schon schwierig, aber jetzt nicht so super schwierig, aber das allerletzte Stück haben wir einfach nicht geschafft. Ja, aber am Ende dann doch noch, zum Glück. Aber ich glaube... Hol dir doch mal so einen Tanuki. Tatsächlich. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Tatsache. Tatsache. In der Tat. Tattel. Die Tattel. Tattel tatsächlich. Oh! Nein! Mach du die zweite auch noch! Schnell! Den oberen! Mach du den, dann mach ich ihn halt! Ich kann ihn nicht! Hä? Lass uns das Level nochmal machen, geh nochmal raus. Geht das? Geh drück auf Start und mach zurück zur Karte und geh wieder ins Level rein. Oh gut. Das... Das darf ja wohl nicht wahr sein, du! Aber das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein, weil ich mach das immer schaffen! Wie bitte? Hm? Ja. Hast du was gesagt? Ich hab da so'n... Ab geht die Bust! Let's go! Let's go! So! Machst du dann diesmal rechts auch was, oder? Oh verdammt! Ach! Wieso hüpft der denn nicht hoch? Ich... Das waren so wieder alle aus! Nochmal! Hä? Ich meine, er ist nur beim ersten Mal richtig hoch gehüpft! Ja! Das kann doch... Das gibt's doch gar nicht! Machst du mit Sprinten, mit Sprinten? Ja natürlich! Man muss springen, wenn man unten ist, oder? Ja! Ja, dann... So Trampolineffekt halt, oder? Ja! Ja, ja! Durchaus! Okay! Boah! Jetzt hab ich fast nicht mehr die Pitch genommen! So, aber jetzt probieren wir's nur noch einmal, oder? Oder wirklich, bis wir... Sterben! Ja! Ja! Nimm den Stern! Boah! Okay! Aber siehst du, wir müssen uns nochmal selber ein bisschen unser Druck setzen! Weil wir sagen, komm, wir müssen das jetzt schaffen! Das ist total schwer! Hä? Die fahren? Das ahnst du doch nicht! Natürlich! Ach, der fährt auch noch! Gar nicht mal so toll! Ey, wer fährt denn? Ich seh keine Fahrzeuge! Ja, die Dinger, die bewegen sich doch! Die fahren! Fahren, fahren, fahren! Wo fährt er hin? Hä? Du machst grad alles wieder rückgängig! Ja, wir müssen ja auch die hier kaputt machen! Warum? Warum nicht? Wir müssen einfach nur den Boden komplett! Und jetzt? Komm ich da rüber? Oh! 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 Vorsicht! Achtung! Achtung! Zack! Ha! 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 Was ist das? Sieht ja mal mega cool aus! weil sie nicht so war warum sieht es so cool aus warum ist cool aus was zu den oben aber ich habe es nicht nein echt ich hab den Katzmann verloren Ohr ein bisschen vor allem auch einfach so machen können boah dann bauen sie mal ja richtig hast du Zeit? willst du weitermachen? ich wollte da unten eigentlich was machen aber das ist ja scheißegal du scheißt ja auf andere du bist ja mehr so der Eben doch kacke jetzt hol warum gehst du denn nicht raus aus der Blouse wie denn wenn du dich über so einem komischen Taran befindest jetzt mal brauche ich jetzt müssen wir den Ding nochmal machen oh nein negativ müssen wir jetzt den Dings nochmal machen den Stern ne den Dings hallo kommst du kurz wie nein ja doch was wir haben doch das Level nicht geschafft wir müssen nochmal neu stimmt aber jetzt können wir so bouncen wie ich eben meinte mit dem runterbouncen hey guck mal ich kann das nicht genau mach ich das bei dir ach das kippt's doch nicht was ist denn das für eine komische Katze wieso kannst du das denn nicht ich konnte das nicht ich bin weg ich bin jetzt auf Kommentar bitte nicht du musst aus der Blouse raus äh so der Izzi der ist jetzt weg der spielt quasi nur noch mit wie der Gronkh wie der Gronkh letzte Mal das gibt's doch nicht jetzt guck mal so wenn ich wenn ich jetzt hier so mache siehst du das? das ist Gold geworden ey du scheinst dann sogar mega schwer zu werden oder so ja mega schwer richtig schwer richtig schwerer richtig schwerer Typ boah dann kann ich die sogar wegbouncen hast du gesehen? hey da ist er wieder boah hey da ist er wieder ey du kannst mich mal ey das gibt's ja wohl nicht hörst du wohl auf hier meine meine Freundin hier zu penetrieren boah guck mal jetzt kann ich das auch ja ja durchaus und aber das hilft uns ja eigentlich nichts echt alter kannst du kurz mir helfen heute Hubblasen aber irgendwie hat's lang gedauert ja warte ich mach um ich mach um ich mach um schnell hast du den Rest noch? nein wie knapp das wieder war aber dann springt er nicht so hoch ne guck mal der macht die ganze Coins dabei ja natürlich wie ja natürlich boah richtig viele Coins wenn du mich so hoch baust richtig am Coin was ist das denn? guck mal die Coins links ja die gehen unten ab hä was geht ist das so ne Ending aber guck mal grad war es wieder bei null ach so bei 100 bekommt man immer ein Level ähh da ist dort wie hoch ich war 있다고 was ist hier los? boah das ist richtig am Goldfarmen aber das hört auch einfach nicht auf ich mein natürlich müssen wir auch ein bisschen auf die Zeit achten ist doch egal können wir nicht pro End noch mal spielen komm wir hören jetzt auf das macht mich total süchtig ich kann nicht mehr aufhören Leute ich will NEH Ich komme davon einfach nicht los von dem Zeug. Schuhe mir dann ab. Ich wollte immer zu dir hoch, aber irgendwie funktioniert meine Blase nicht. Meine Blase ist kaputt. Ich muss zum Arzt. Du bist so ein Arsch. Der hat mich einfach enthackt. Tschau. Juhu. Totenstille gebrochen. Und weiter geht's. Welch wundervolle Welt es doch ist. Pärans. Richtig im Schuh. Wir haben noch nicht einen Stern. Im Ernst. Mh. Yollo. Mh. 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 Stimmt. Stimmt die Firma nicht komplett vergessen. Ja deswegen. Man darf die Firma nicht vergessen. Ich denke da öfter so. Die Firma? Ja. Ist auch wichtig, dass man mit den Gedanken immer bei der Firma ist. Okay. Mach mal auf, ich bin ein Star. So. Ich bin hier das Star, holt mich hier raus. Ah. Hä? Wieso komme ich denn? Hä? Ich wollte gerade sagen. Ich wette da rechts wäre was gewesen. Nein, ich wollte... Ja, ich habe es geschafft in die Blase zu gehen. Wow. 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 Ja, was ist denn das hier? Man kann überhaupt nicht so weit gucken. Ich will da oben drauf. Ah nein, ich bin schon... Ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist richtig weit oben manche. Ich bin nicht. Wow. 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 Boah. Boah. Ich bin hier am Schwimmen. Oh, guck mal da oben ist was. Hm, na ja. Und da oben geht keiner hin. Na ja, gut, schade. Doch, ich habe es versucht. Hä? Was kann man mit den Steinen dahinten machen? Ah. Uh. Du musst irgendwo rein. Ja, ja. Nicht echt. Ching. Hä, nein. Komm schon. Aber zwei Sterne. So ultra schlecht war es gar nicht. Zwei? Ja. Props an uns. Ist die Stempel? Die gibt es nicht mehr, ne? Ne, die gibt es nicht mehr. Das hat sie ausgestempelt. Ausgestempelt. Ja, nach der Arbeit musst du immer ausstempeln. Das stimmt. Ja, gut hast du es gemacht, Isi. Anstempeln, ausstempeln. Sehr gut. Ich würde sagen, da geht noch ein Level. Geht noch eins? Ja. Ah, eins geht noch. Eins geht von der Firma. Von der Firma geht noch eins. Eins geht von der Firma. Eins geht von der Firma. Okay, komm, geht auf die Firma. Ja, von der Firma her, sie zahlt. Mhm. Sehr schön. Nachts im Krieg, Piranha-Sumpf. Piranha-Sumpf. Nachts im Krieg, Piranha-Sumpf. Boah, jetzt ist das Ganze dunkel. Boah, guck da hinten. Dunkel. Giftig. Gift. Digga, giftig. Du weißt. Der Geist mach sie alle kaputt. Hol dir den Piles, weil ich hab schon... Ah. Ah. Ah, ja. Ich bin hier die... Ich bin die Coin Cat. Weg. Hab mich grad vertan und dachte wieder, ich wär du. Weiß ich. Weil sie auch dermaßen dunkel ist. Ja, das ist weg. Boah, hast du das gesehen? Dermassen dunkel. Jawoll. Dermassen, danke. Ein richtig gedanke, boys. Danke, girls eigentlich. Richtig am danken sind wir. Kannst du ein danken, dann, danken, 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 danken. Mach mal da Licht an. Von den Dinger. Wie Licht an? Da an diesen Töpfen. Ah. See what I did there. Oh. Bang, bang. Pow, pow. Oh. Ein Frosch? Alles auf den Frosch. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß auch nicht, wir sind irgendwo weiter oben. Ciao. Diesmal keinen Blödsinn. Pow, pow, pow. Boah, pow, pow. Richtig gepaut. Du bist ein richtiger Pow-Boy. Wirst du vielleicht zu Karneval, Pow-Boy? Nee, ich mach ein Stück Heimel. Bist du Heimels-Karneval? Ich wollte mir den noch... Ah, sorry, bro. Sorry, bro. Sorry for that. Oh, das... Okay, ich dachte schon. Oh, sorry, bro. Hast du auch versucht das anzumachen? Ja. Ich spring lieber weg. Ja, ich hab's geschafft. Zur Sicherheit. Warte, warte, hat das jetzt irgendwas gebracht? Nee. Naja, danke. Das ist voll dumm! Wenn ich diese scheiß Feuerpflanze hab, dann kann ich diese Attacke, wo ich höher springen kann, nicht mehr machen. Ich find's nicht dumm. Ich find's einfach verrückt. Ich find's einfach traurig. Ich dachte, was ist das da hinten für'n Totenkopf? Man wollte dahin drehen. Nee, ich freu' das vorhin auch mal. Siehste, ich will die nicht. Ich mag's gar nicht home. Die Smoginette. Ich bin so stark nur. Oh, die Smoginette. Ich bin so stark nur. Siehste das? Zack. Da hier nicht noch was? Zack. 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 Du kannst die ganzen Dinger da anmachen, bitte. Dann wird's ein bisschen heller. Lichter nach dem Korbach. Nee, sammle du ein. Deine, deine, deine alte hier. Ach, deine alte. Die ist so imbar, ne? Da nimmst du am besten gar keine. Wenn sie so abgeht. Ist so. Die ist am besten, wenn die keiner hat. Dann steck ich's so. Weil wir alle Lichter angemacht haben? Sieht so aus, oder? Kann gut sein. Ist sie da, um nix dagegen zu setzen. Dem rühren wir einmal. Keine Körperspanne. Nein, ich will nix. Och. Och. Nein, ich will das nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Aber ich bin schon wieder runtergefallen mit so lichtenahen. Komm, hoch. Mach du oben. Ja, mach du oben. Wenn du unten weiterläufst, geht nicht. Mach du oben. Okay, dann komm ich. Oh fuck. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Kann ich jetzt kurz raus aus der Blase? Ja. Aus dem Blasen, Mann. Ich freute mich. Danke. Danke, Decker. Machen kurz Licht. Ich sehe keine Licht. Hallo, ich kämp' doch mit dem Frosch. Achso. Der gibt doch so viel Pounds. Pounds. Ja, aber ich hab doch hier wie mit Pounds. Pounds, genau. Machen kurz. Wollt du den... Wolltest du den... Ich dachte, ich wär schon länger... Warum? Ich dachte, ich wär schon länger... Ich dachte, ich wär schon länger drauf. Hashtag Fail. Fail Army. Sollen wir das ganz schnell noch machen? Ja, ganz schnell. Wie jedes Mal. Mann, wir hatten so viele Sterne. Ja, na ja. Manometer. Ja, das stimmt. Warum stehst du auf, um das zu sagen? Du musst alle Sterne anmachen. Echt, ist das Mikrofon? Ja, Mann. Echt? Ja, ja. Boah, hör, oh. Ja, ja, ja. Da vorne hast du ein Licht vergessen. Licht in den Arm. Kannst du nicht die Licht vergessen? Kannst du auch nicht. Willst du mich provozieren, oder was? Nö, nö. Nö, nö. Nö, doch nicht. Das war richtig dumm. Sorry for that. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, das war das. Oh, wir die auf die einprügeln. Hast du das gesehen? Nö, was denn? Da unten ist ein Bau. Ja, da kommen die doch raus. Richtig. Bamm. Bamm. In your face. Wow. Ist ganz schön dunkel hier. Kann man ja nicht so Licht einmachen? Boah. Da hinten hinzu. Hier. 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 Ist hier nichts sonst? Ne, ne. Ist es so dunkel? Okay. Warum sind wir eigentlich... Meinst du, oben ist echt so viel besser? Ja, ne? Ne, ich glaube nicht. Oben ist gar nichts besonderes. Ich will nur wieder groß sein. Aber unten ist auch kacke, oder? Ja, aber unten geht es weiter, du Held. Ja, oben doch auch. Doch, da oben kommt doch noch die Röhre und so. Das muss gut sein, weil das ist so versteckt. Oh, das war wieder doof. Und der Frosch hier, der ist auch gut. Der Armer, der tut mir ein bisschen leid. Das sieht eigentlich ganz knufflich aus. Ja, das sieht richtig nett aus. Das ist schon leid. Wie machst du diesen Fehler hier? Das machst du? Ja, dummer halt, ne? Hallo. Hi, na? Nicht gut, das war keine gute Idee. Das war absolut keine gute Idee. Ey, warum das immer wieder passieren muss? Feine. Mich zu bouncen war keine gute Idee. Es fängt schon wieder richtig gut an. Jetzt, wir müssen echt mal jetzt gleich eine Pause machen. Scherz. Ohhhh. Oh mein Gott. Jetzt. Jetzt. Nein, was wirst du mich denn runter? Hab ich das gemacht? Ja. War ein bisschen am Arm auflaufen dran. Bang, bang, pow, pow. Merkte man gar nicht so. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Alles für den Dackel. Bam. Alles für den Hund. Unser Leben für den Hund. Ne, unser Leben für den Club oder so. Wow, wow, wow. Wow, mach hier nichts anderes. Katsching. Wieso kommt, wieso ist das manchmal so übertrieben, die Animation und sonst vorher nicht? Boah. Boah. Joah. 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 Weil du mich zum Dienst hörst. Oh, nicht. Nicht gerne. Aber dann hättest du ein Leben mehr, ne? Mit der Blaumi. Ja, aber dann hab ich auch... Das, das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das bringt mir ja gar nichts, wenn ich ein Leben mehr habe und du mich in die Lava wirst. Das ist sehr blöd gelaufen, aber ich wollte ihn halt so abschießen, dann bist du vor mich und dann hat er dich halt gepackt und drunter gelaufen. Weißt du, wir fallen da nicht wieder runter. Oh, äh, wie soll ich... Okay. Das muss ja jeder selber wissen. Wie scheiß'n jetzt da dran? Boah, 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 boah. Jetzt kommen wir unten wieder raus oder so? Ja, ist auch so. War doch vorhin auch. Ah, 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 ah. Boah, daneben gebaumst. Schon wieder daneben gebaumst. It's raining kalt! Wieso bauinst du mich denn da runter? Was hab ich? Das hab ich aber gar nichts gemacht, oder? Doch, du hast... das gemacht wenn ich bewusst dann zählt das nicht es ist ich krieg die scheiß Lampe da nicht an ich bin richtig am kämpfen ach gib mir das wieder was denn da hast du genug ich muss das anmachen noch mehr anmachen auch schade die ist mir runtergefallen ja so kriegen wir ja keinen Stern wieso? wenn du so schnell wirst und ich kann den nicht anzünden und so sterben wir sowieso egal oh guck mal das ist jetzt so easy ja das ist gar nicht so easy doch easy das ist nicht so easy jetzt können wir aber kein Licht anmachen ja das stimmt da muss ich umbringen warte ich mach selbstmord komm ich zünd an echt? ja oder nicht ja dann musst du nochmal zurückkommen bitte ich dachte schon was denn jetzt passiert aber jetzt habe ich verstanden dass du dich halt mitfoltest Dekka ich nehm das Licht an Dekka ich nehm das Licht an Dekka machst du das Licht an? ich kann nicht sehen machst du das Licht an Dekka? Dekka das Licht ist sofort an Dekka ich brauche Licht kannst du das einmal? Dekka von Firma her Dekka einmal hier links Dekka einmal hier rechts Dekka einmal hier rechts ist das okay wenn du das Licht hier an machst Dekka? Dekka wenn du diese Würmer zerstörst Dekka ich mach den Wurm kaputt und du machst Licht an Dekka das ist okay für dich Dekka du musst ihn kaputt haben ich kann das sehen du musst ihn kaputt haben Dekka dann hol dir jetzt den Stern ey Dekka den Stern ja dann hast du dir gründlich verdient den Stern Dekka Dekka wir gehen auf keinen Fall da oben lang Dekka nie wieder oben oben lohnt nicht Dekka oben das lohnt nicht Dekka du weißt es nicht dass es lohnt Dekka Dekka machst du das Licht an Dekka? kein Licht hier oben? Dekka mach du Licht Dekka Licht Dekka so macht man Licht an Dekka so ist Licht so ist Licht dich du musst die Jungs zertöten komm schon spring rüber Dekka Dekka zerstör töte den mal Dekka mach das Licht an okay das Licht an musst du auch machen Dekka Dekka BAM Dekka ich mach den jetzt kaputt Dekka 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 jetzt hab ich keine Blumen mehr Dekka jetzt hab ich keine Blumen mehr du musst da auf das Fragezeichen bouncen Dekka 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 wovor hast du Angst Dekka 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 Einbauen Einbauen zum Anzug auf die Begeleiterung Barth Barth Nein ich wollte da rein schießen Hallo Hast du die Zeit? Ja Das ist doch was oder? Ja Denkern ab Das war die Wochen der Zeit Abfindig super Decker Das gibt's doch nicht Mach ihn weg Na gut Schnell Schnell Nein Wieso sind wir denn beide so halb wieder runter? Oh Gott Der hat Zeit abgelaufen Jetzt Du musst weiterlaufen Okay Geht echt schneller Oh wir sind zu langsam Hier braucht man wieder tot Ne Doch Decker ich komm nach Hol du die Zeit Hol du die Zeit Decker Decker ich hole den ab Aber vergess mich nicht Den ab Nein Was denn? Ach da oben ist der Stern ne? Ich bin nicht gebanst Egal wir müssen weiter Nein Du hast doch noch 12 Sekunden Die hätten wir noch abwarten können Ja und wir müssen aber weiter Das stimmt Ist da hoch Haben wir Zeit für das? Ich muss da hoch Zehn Sekunden Da ist bestimmt irgendwie Wow Schneller, 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 schneller Nein Nein Das ist unmöglich Toad Toad Ich nehm den auch Wenn du den nicht willst Ne ich nehm den Nein ich nehm den Shotgun Okay dann nimm ihn Ne dann nimm du Wow Wow Lass mich in Ruhe Okay Decker ich komm nach Wir sehen uns in der Halle Decker Nicht beide Jetzt haben wir uns keinen abgeholt Ja bloß um Da oben Hast du ihn? Nice Decker Okay das geht doch schon mal um einiges Um einiges schneller Auf jeden Fall nicht da hoch Ja wieso nicht Wir können Zeit dafür haben Ja Nein Nein Ja man Nein Warte Komm Ach ja stimmt Der ist ja noch der Stern Ich dachte da wäre nichts Besonderes Musst du rüberspringen Das hätte mir fast gedacht Boah guck mal Boah Aha Oh guck mal bang bang Pau Pau Richtig am Tag Boah sie sind gerade richtig gut Ja wir haben noch 25 Sekunden Ja ich weiß Komm 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 Hä warum bleibt die Zeit nicht stehen da Oh oh Boah komm schon Wir müssen nur noch die töten Ah da sind wir 20 Sekunden Oh Wohin mit unserem Live Wir müssen die keilen Wir müssen die nur keilen Wir mussten die nur keilen 22 Sekunden das sollten wir schaffen Danke Oh Jetzt hast du ja echt Zeit gelassen Oh man Wir haben nicht so viele Stars Ne einen oder? Aber gut ne zwei Nicht schlecht Ja Becker Wir haben zwei von den grünen Zwei von den dreien Zwei von den drei grünen Ja ja Siehst du Tatsächlich zwei Stöcke Oh ja Lass uns mal kurz vorrennen Vorrennen Willst du einen Ausblick machen? Mhm Was ist das da oben? Ich würde sagen ein Level Ja meinst du doch Ja 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 durchaus Das war ein anderes Level als andere Level Aber ein Level Ähm Da Das kommt noch Boah Alter Da kommen wir noch richtig viel Wie schön Boah wie viel ist das denn? Boah richtig geil Wir können jetzt gar nicht sehen Wie viele Sterne wir hier viel brauchen ne? Ne ne Aber wir wollen doch schon Irgendwann wenn wir mal groß sind Dann sind wir hier Dann sind wir hier Bestimmt Dann sind wir hier rein So in 10 bis 20 Folgen Ja Naja das war's auf jeden Fall mit der jetzigen Folge Mit der heutigen? Morgen geht's weiter bis 15 Uhr Was war's mit der jetzigen? Ja und morgen machen wir das Geisterhaus Oder da oben dieses mysteriöse Level Ich würde sagen wir fangen mit dem mysteriösen an oder? Ja hallo ihr habt auf jeden Fall Bock Wir sehen uns morgen um 15 Uhr wieder Wenn euch das Video gefallen hat Gebt irgendwann gerne einen Daumen hoch Und ansonsten bis morgen Ciao Ciao Ciao